Ihr wollt bestimmt mehr sehen, wenn ich pushe, ne? Agency geh ich auf keinen Fall. Agency geh ich niemals, Leute. Ich kenn da die Spots nicht und so. Wenn ich public lande, entweder pleasant oder risky. Flug ist bisschen wild? Ne, ist gut. Pistole. Gibt's noch Minis irgendwo vielleicht? Wo bist du, Junge? Blaue Technik da oben einfach rum. Was ist das denn für ne Waffe? Da. Was ist denn mit dir? Was? Hab ich ihn geholt? Oder? Hilfe! Nein! Nein! Fuuuuck! Mann, ich hab's geholt immer in Kredo, Vicks Club. Pfff, bitte. digga aug und spaß aber ich will die spaß nicht zwei biggys ich würde sagen wir nehmen hapune mit und gehen kurz angeln hier war weise entscheidung heute kurz angeln gehen haben wir vier floppys und sechs minis mann nicht sterben wo sind die die sind beide losseiter nein 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 einer ist tot digga hilfe oh tommy gang leute pock goldene spaß sydney ist decked sydney ist decked da wird sich glaub ich ne wenig klein ne oh fuck hm steckt er connect connect und und eigentlich brauche ich die dinge ihr wisst ich brauche eigentlich die heavy snipe soll ich floppys droppen renn boah digga ich hab ihn grad bei 26 gepusht wie ein dumm kopf renn ey digga minis droppen was für floppys ne ich hab die floppys bis jetzt noch nicht einmal gebraucht jk ich schaffs einfach nicht oh mein gott was für ein blöd ey jetzt brauch ich die floppys soll ich floppys droppen digga wie weit ist die zone noch nein da vorne ist ein fight da muss ich mich einbinden ich brauch nen kill renn city ich brauch den kill und dann den loot und der loot muss muss greenlight beinhalten digga wie kann ich das denn nicht schaffen soll ich floppys droppen digga sehr gut floppys ein flopper nein Nein. Ich kann nichts machen. Oh mein Gott! Wie klatsch bin ich? Wie klatsch bin ich? Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dicker! Es war so klatsch. Aber ich weiß nicht was ich machen soll. Ich muss mein Medi-Kit poppen. Bei 22. Auf gehts. Dicker! Was? Ich musste... Ich musste in den... ins Blumenbettel gehen. Ich wollte deswegen die auf. Oh mein Gott noch mehr Medi-Kit. Wenn ich die Runde gewinne. Bitte hättest du keiner, bitte hättest du keiner. Oh mein Gott noch mehr Medi-Kit. Dicker! Was passiert hier? Ich brauch wieder Minis. Okay Stress mit Zone ist vorbei Leute. Das können wir jetzt abhaken. Langsam. Oh! Ein bisschen du! Beruhig dich Bruder. Machs kurz schön. Ich muss kurz atmen. Okay. War grad der FPV-Fight. GG das war strong. Das war so klatsch Leute. Ich hatte glaube ich 2 AP oder so. Ich hatte glaube ich 2 AP oder so. Na na Minium. Oh oh. Er ist sauer. Boah. Ich seh doch schon wie Heavy. Ich seh doch schon wie Heavy. Beruhig dich Bruder. Das war so klar. Das war so klar. Ich hab schon gerochen, dass er, dass er, dass er RPG Heavy Snipe macht. Nicht mit mir. Ich fühl mich grad nicht so, nicht so. Confident. Weil wegen der Szene gerade. Das war zu wild. Mann der unter mir, der fack sich ab. Soll ich ihn kuschen? Ich muss aufpassen, dass mich kein anderer kuscht. Oh nein. Oh nein. Ich werd mit dir. Hä? Ähen die PS5 wird kreist? Nein Junge. Dann seht ihr das. Ich werde jetzt wieder weg. Und ich will sie wieder weg. Acht. 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 Oh, Fais, wo ist das? Digga, wie laut ist das? Wo sind die? So, wo ist die nächste Zone? Die Zone ist zu fallen Im Arsch der Welt Wo schütt der? Hilfe! Wollen wir cranken mal ein bisschen Lass den Quatsch Der will in Heil gehen Schafft er auch Digga, ich pack rum So eklig Halt nach die Scheiße Ich brauche jetzt eigentlich die Karte Soll ich den Grappler nehmen, Leute? Soll ich den Grappler nehmen, Leute? Ne, Mann Wie lange ich da rumzöger? Komm, wir machen Eier weg Digga, warte mal, wo pullt die Zone hin? Dann Komm Nein. Junge wie intens ist das gerade Hilfe Ja Leute, ich bin Crack geworden Krank bin ich geworden Hilfe Ey, was ist aus mir geworden? Leute, 144 FPS W-Key Sydney ist geboren, Leute